Willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 2, irgendwas DLC mit Fuba und Schnorre, hallo! Moing! Kampagne des Wetzels! Ach, genau! Toll! Frau am Steuer und über mich meckern! Film, der war ja hier und konnte ja mit der Maus leben! Hilfeeeeeeeeeeeee! Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ! So, hab schonmal voll die Rückfahrt geblutet! Äh... steck fest! Du steckst fest, ich steck dir gleich ein fest, ne? Unsere Tränerin, wer das wohl ist? Guten Tag. Hi, triff dich mit deiner neuen Trainerin. Ja, danke. Im Moment macht's bei dir Patsch, aber wenn ich mit dir fertig bin, macht's Pupatsch. Buh, schwing dein Hintern in die Arena und ran an die Arbeit. Kekse essen und Donnerkacken. Du kannst hier gleich links runter, ne? Da kommen wir doch wieder nicht raus, Mann. Wieso, hä? Hoch. Ich wollte eigentlich aussteigen. Ich auch. Brich in die Arena ein. Hey, wo bist du denn? Achso, jetzt bist du da. Hä? Du brauchst Kohlenhydrate, Schätzchen. Hinter der Arena gibt's tollen weiße Frissagien für die Arbeiter. Hol hier ein paar Cookies, damit du groß und stark wirst und Pisten in den Hintern treten kannst. Versteh mich nicht falsch, Schätzchen. Ich weiß, du brauchst eigentlich keine Trainerin, aber sowas kommt gut an beim Publikum. Nichts lieben die Massen mehr als eine Trainingsequenz. Oh, wie lange ist es drin, dass jeder so Beer ist drin. tôi Insert, Ich weiße, ich weiße, ich will. girl, Ich weiße, 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 wie die ganze Zeit hast. Wir können diese Zeit nicht unterhalten, mit denen sind nicht mehr zu sein. Oh, ja. So geboren ist worden, Alter. Achso, ich weiße, ich weiße, ich weiße, ich weiße, wir sind dafür. Wir sind bereit und mit dem Platz nicht zu tun. Wir sind bereit und damit, meine neue Eltern bist. So, ich weiße, man mich mal nicht zu Hause, wir sind. Ich weiße, das ist an der Roland-Mann, eine Dame-Mann-D-Wann, und was hat mich da geauert krasse scheiße mit publikum irgendwelche giftinger er drückt ohne nachzudenken ohne nachzudenken ich kann nichts mehr aufmachen ach jetzt irgendwie schon wieder wacke ab jetzt nicht aufmachen vergiss es denn jürgen nach schnauze ich hasse dich ich wollte gerade zu ihm selbst noch nachdenken so lass mal ein bisschen jumpen sagst du ich weiß immerhin auch was du machst weil du ja ich dich ja höre siehst du so rufst du deine waffe weg was denn mit dir falsch die waffenkiste hier die video hatte ich hatte ich meine waffe so extrem abgelenkt dass du die waffenkiste nicht gesehen hast habe ich nicht gesehen mal mal was wo ist denn hier das ding rechts rein jürgen ja auch hier ich ich es ich es ich 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 Klau Kekse! Stimmt gleich wieder! Gegner! Was hat denn? Herausforderung! Ich lauf nochmal zurück! Was ist denn für eine Herausforderung? Du musst alle Fässer zerstören hier! Welche Fässer? Ja toll! Spawn hier Gegner und dann rennt er zurück! Die Spawn Gegner! Du bist doch weitergegangen! Hä? Ich bin nur in den Raum gegangen! Nee, ich bin doch zurückgelaufen! Was willst du denn von mir? Ja, nachdem nur die Gegner ist! Ach komm, hoch zu nah waren! Du Typ, alter! Immer soll ich ja schuld sein für deine Scheißerei! Du bist so ein Typ! Für deine Scheißerei! Verstehe ich nicht! So, hier ist keins mehr! Oder ist da noch eins? Nee! Für deine Scheißerei! Scheißerei! Oder Scheißerei! Das waren gar keine Schoko-Chip-Cookies! Das sind... Rosinen! Ooooooooooo! Schätzchen! Zerstöre alle Lebensmittelautomaten! Putz dich das widerliche Rosinen-Zeugs von der Platte! Lol! Jetzt kommen wieder Gegner! Ich wollte nur Schoko-Chip-Cookies! Warum passiert das? Heiliger Skat-Rutscher! Jetzt versteht unsere Lebensmittelautomaten! In ein Travone! Wir wollen uns alle! Travone! Was ist unser wohl? Wir müssen uns nicht anstreben! Wir müssen uns anstreben! Wir müssen uns anstreben! Wir müssen uns anstreben! Aber wo sind die restlichen Fässer denn? Hä? Wo sind die restlichen Fässer? Welche Fässer? Aber willst du mich verarsch'n? Ja! Hä? Ich hab alle Fässer kaputt gemacht, dann? Nein, scheinbar nicht! Ich seh da nur welche über! Oh, ein Zeichen! Hast du das gesehen? Nee! Haha! Ist ja offensichtlich! Verarscht mich doch dann! Na, dann glaubst du halt nicht! Wo ist denn bitte hier Fässer? Ich hab noch kein Fass gehabt zu machen! Ein Zeichen! Hier gibt's zwei! Okay! Mal Fässer! Zeichen! Ölf Fässer insgesamt! Hier ist noch eins! Siehst du schon übersehen, ey! Wo ist denn hier ein Zeichen? Warte! Du musst gleich wieder zurückgehen und da auf Christian... Ach, das meinst du mit Fässerer! Äh, was ist hier? Ähm, warum ist hier noch so viel? Und wieso kann ich... Bisschen auch da? Okay! Ich bin auch hier! Oh, das ist bei mir schon wieder so lecky, ey! Teilweise! Das ist nicht gleich wegen dieser hellen Farbe hier! Bei mir läufst du grad an einer Stelle! Ich bin hier oben! Ja, das ist bei mir sehr verzögert! Ich bin hier noch ne... Kiste! Kiste! Hoch! Da ist auch noch was aus! Wie sehen die Fässer aus? Das sind normale Feuer... Feuerfässer, ja! Da... Hast du das Hellchen jetzt eigentlich eingesammelt? Nein! Gut, wir kommen jetzt hier wieder raus! Was da hinten? Ich dachte, das war hier vorne! Genau! Und wo hier warst du doch, oder nicht? Da oben an der Wand ist es! Ach, da! Woll! Wie lange muss ich denn da ran? Kappels! Zwei von zwei! Wie, zwei von zwei? Verarsch mich nicht! Nein, eins von zwei! Da war doch auch schon wieder noch was üppig! Sag mal, wie lootest du denn? Na, ich hab gar nicht gedootet, weil du doch hier gleich weitergemacht hast! Habe ich nicht! Ich bin noch zurückgelaufen! Du hast doch gesagt, wir looten nicht! Hä? Er guckt dir doch mal die ersten Folgen an! Du laberst eine Scheiße! Ich hab gesagt, da gibt nichts Gutes, deswegen loote ich nicht! Das heißt ja nicht, dass du nicht looten musst! Äh, du bist ein guter Bluteil! Hier ist ein Fass! Au! Oh, ich bin runtergefallen! Lol! Weil du bist runtergefallen? Irgendwas stand auch mit Keksdosen! Oh, hier ist ein Zeichen! Wow! Und zwei von zwei! Oh! An der Wand! Tatsache! Das war nicht so schwierig! Ein weiterer Token! Aber irgendwas stand da eben mit Keksen noch! Ja, da sind noch so ne äh... Holzkissen! Okay! Aber ich denk mal, das kommt hier bestimmt eigentlich noch, dass wir das machen sollen! Ah, das war auch eher aus wie ner Herausforderung wie mit den Fässern gar da! Noch eins! Hallo! Sag jetzt noch mal! Ach, wenn du mich nicht hättest! Wir haben jetzt alle Fässer? Ja! Weil ich hab doch vorher schon alles bekommen! Wie das vorher schon alles bekommen! Ich hab doch vorher schon das Herausforderung bekommen! Dann keine Ahnung! So! Ich bin überrückt! Mach doch! Mach ich auch! Mach doch! Hab ich schon! Lass es bleiben! Nein! Nein! Wie bist du in der Arena drinnen oder? Achso! Da war eine Abkürzung! Mit dem Zauner! Du musst doch auch den letzten Automaten kaputt machen, ne? Wir müssen ja in der Arena drinnen! I don't know! It's Christmas time! Oh! Selbstmörder-Bot war da! Selbstmörder-Bot! Bot 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 Bot! Selbstmörder-Bot! Oh! Selbstmörder-Bot! Bot 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 Das ist mein Selbstmörder-Bot!!! Niemand wird mehr diesen widerlichen Hafer und Osinn Zum, Opfer zu fallen! Komm zurück Knullärschchen! Hmm! Ich bin ein Knullärschchen! Wackel wackel wackel! Wackel wackel wackelt! Was? Wackel wackel wackelt? Wackeln! Wackel wackel wackelt! Wackel wackel wackelt! der schnocher ist ein dackel es hagelt schläge in die frisse für dich jetzt wo wieder der profi fahrer ja genau war noch mal spritt fuß es geht nicht dann hast du es war dir wahrscheinlich unbelegt oder was geht kann auch g sein das ist bei mir schon wieder ich mach dich mal kurz die vorwärts noch pause 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 okay spitze bedanke mich ich glaube du bist schon wieder bei mir am auto oder spitze bleiben